Hallo, mein Name ist Michael Burkhardt. Ich bin der Inhaber von Colorline, das ist das erste CBD-Fachgeschäft hier in Hamburg. Ich selbst habe jahrelang Rückenprobleme gehabt und vor ungefähr fünf Jahren hat mir ein Freund empfohlen, und Mensch, probier das doch mal aus mit CBD-Öl. Und wie durch ein Wunder hat das CBD-Öl bei mir sofort angeschlagen. Ich habe fast überhaupt keine Probleme mehr und das hat mich am Ende des Tages so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, so könnte ich mir vielleicht sogar meine eigene Zukunft gestalten. Ich habe dann Colorline kennengelernt, die haben ein ganz tolles Franchise-Konzept, wo die Beratung und der Kunde absolut im Mittelpunkt steht. Ich leide ja unter extremen Schlafstörungen und ich muss sagen, dass nach drei bis vier Tagen das CBD-Öl wirklich geholfen hat. Also ich war deutlich entspannter, ich konnte viel schneller einschlafen, das geht mir gut damit. Meinem Hund Bruno geht es sehr gut, seitdem er die Hanfkekse bekommt von der Firma Colorline. Er hatte immer ein paar Hüftprobleme, die sind aber dadurch deutlich besser geworden. Er kommt viel besser hoch, kann viel mehr rumlaufen und ist wieder deutlich fitter. Ja, also bei Bruno war schon so nach zwei bis drei Tagen merklich, dass er dann schon deutlich besser hochkam und auch eine gewisse Wirkung schon da war. Wenn ein Kunde zu uns in den Laden kommt, dann steht eigentlich erst mal die Beratung in dem Vordergrund. Was ist eigentlich CBD? Wie wirkt es? Wie muss ich das dosieren? Und wir nehmen uns da sehr, sehr viel Zeit für die Kunden, um mit ihm wirklich individuell die Situation zu besprechen. Und wir haben auch ein Fachbuch, wo die Ergebnisse vieler Studien veröffentlicht sind, die wir dem Kunden immer mitgeben, wo er sich denn auch in aller Ruhe nochmal zu Hause durchlesen kann, was ist für ihn das beste Konzept. Das ist ein Fachbuch, wo er sich denn auch in aller Ruhe noch nicht in der 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 Ruhe noch nicht